Die Fahrt sich doch gegenseitig um. So, wunderbar. Mit drückdrehendem Hinterrad. Und jetzt gibt es noch was zu tun. Jawohl! Auf der Übbargerade geht so ein reiches Traum. Ein heutzames Entprofilieren, wie es sein sollte. So, wie es sein sollte. Egal, ob gelb, grün oder roh. Das interessiert uns nicht. Wir machen hier einfach Rauch. Oh, das steckt! Ja! Unser Mann! Jawohl! Wunderbar! Wunderbar! Gestern Abend habt ihr gesehen, wie man Rockenröbel tanzt. So tanzt ein Kaiger. Zuschauer vorbei, auf dem Hinterrad wunderbar anzusehen. Im Parallelflug kommen sie hier runter. Und jetzt los, auf geht's! So geht's auf einem Weigertreffen ab. Macht einfach nur Gummijungs, bringt's auf die Straße. Schau! 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 Zuschauer, ganz vorne am Zaun ist doch einfach herrlich. In unserer sterilen Welt mal wieder ein bisschen Rentenatmosphäre zu schnuppern und verbrannter Gummi gehört hier einfach dazu. Ich frage hier einfach mal. Ich frage hier einfach mal. Ist das...